herzlich willkommen freunde zu einem neuen video von diesem 2 2 leute wir sind wieder da leute wir sind hier wieder in der verbotenen stadt die fliegen auf jeden fall wir sind mal wieder in düsseldorf und wir probieren heute wieder ein paar läden aus leckere spots ausgesucht mit der hoffnung dass sie nicht nur lecker aussehen sondern auch lecker schmecken und diesmal nicht spontan sondern geplant aber wir wissen nicht ob die plätze haben oder nicht auch was der tag mit sich bringt ob eventuell wieder ein laden insolvenz gegangen ist ob sie nicht mehr gibt wir gehen jetzt direkt einen geilen gut stand besuchen ein hot und dog stand heller hot das ist so witzig bis gleich wir sehen jetzt hier vor dem düsseldorfer akaden und dazu einen hot dog stand aufgemacht der kommt glaube ich ursprünglich aus hamburg auf jeden fall die schlange ist lang ich muss euch noch ganz kurz die preiswissen zeigen wir haben uns auf jeden fall für den standart jetzt gerade entschieden und für den special station dog und für den amca amca dog was sagst du dazu der amca mit sucuk ich lass mich überraschen ja das würstchen sah jetzt nicht gerade spektakulär aus das sah eher so wie du sie kennst du diese unnötigen türkischen sauces die so in der dosen im wasser drin sind ich hoffe dass das nicht so ist und der scheint trügt ne ja 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 ich hoffe es sehr so ich habe hier den amca also so nennt ich das amca special der ist mit sucuk roten zwiebeln rucola cheddar käse und ketchup ihr seht ja schon nicht schön butterig aber bis stehen jetzt erst mal kurz in ehrlich sucuk passt nicht nein sucuk ist so intensiv zum glück haben wir auch den classic noch geholt ne damit wir aber guck mal kurz dieses brot an es ist ein bisschen dunkel hier aber ihr erkennt dass das auf jeden fall gut gut gebuttert eines probiert jetzt auch direkt im classic weil ich habe den special one der ist auf jeden fall ganz klassisch mit ketchup senf und röst zwiebeln und röst zwiebeln wie schmeckt der besser aber kein wow ganz normaler hot dog mäßig der in berlin der im dog ja ich habe den nicht gegessen aber ich kann mir schon vorstellen dass er 10 mal besser ist ich freunde habe den special one special station dog der ist mit mais tortilla ketchup cheesy soße und jalapeños mit mit dem würstchen hier ne so sieht das ding hier aus also das ist auf jeden fall schwer rein ins getümmel ist nichts spektakuläres oder das würstchen ist halt so tanke ich erwarten das ist 0814 wie ein würstchen einfach ne ich hätte schon dieses knackige erwartet so dieses weiß was ich meine die ist ja so ein bisschen dicker bisschen größer ja das das verschwindet im brot also das schmeckt also den kannst du auch selber also ihr seht die preise ihr müsst euch das selber halt irgendwie dings machen ob es das lohnt oder nicht also ich für meine also ich würde hier nicht noch mal hinkommen da habe ich schon bessere gegessen und corndogs wollten wir nicht auch probieren aber die meinten das dort eine stunde also man könnte schon sehr viel mehr rausholen mit dem brot und so definitiv weil das brot ist ja gut also anständiges würstchen drin und die proportionen besser machen wir essen das auf jeden fall zu ende aber wir gehen gleich noch mal kurz review abschließend ja das war wirklich nicht gut also der beste war der standard anderen erwartungen wie gesagt der beste war der standard der das bürger spurt was das war gut aber einfach die kombinationen haben nicht gefasst euch jetzt nicht verwirren mit das beste als das beste von den dreien war es einfach nur dass wir uns das würstchen ist nicht gut das würstchen ist gut das geht unter in diesem riesenbrot ja das war's und oder ketchup und senf machen die restzwiebeln waren in ordnung die waren aber kann es auch nicht falsch machen und also ich wir würden euch empfehlen nicht zu gehen also die drei probiert haben kein tüv siegler durchgefallen ja leute wir gehen jetzt zu den uiguren wie heißt er noch mal zu dem uiguren tengri teng aber der ist sehr berühmt in düsseldorf und auf tiktok habt ihr bestimmt schon irgendein video von denen gesehen auf jeden Fall eine ganz andere küche die wir selber noch nicht kennen wir lassen uns überraschen so ist es auf google hat das 4000 bewertungen und 4,8 sterne das habe ich noch nie in meinem leben gesehen und ich bin sehr gespannt bis gleich wir sind jetzt hier in den tengri tagen ulgoa restaurant ich weiß nicht ob ich das nicht ausgesprochen habe ich habe noch nie ulgodish gegessen typisch ulgodish ennetz sagt die gebratene Nudeln mit bärlauch kommt hier sehr sehr bekannt sieht alles so lecker aus dass wir uns eigentlich durch die ganze garten probieren möchten aber ich denke mal wir holen diese teigtaschen und hier die gebratene Nudeln mit bärlauch ich komm das sind die hier oben mit sesam das sind gefüllte teigtaschen mit hackfleisch und die sind gerade raus kommen die wollen wir direkt soll der essen meint werden direkt mit der hand rein damit sehr gut die wirtschaftung ist sehr gut boah ich hab so einen außergewöhnlichen geschmack ne die füllung ist echt lecker ne ich hab noch das essen im mund aber es geht schon weiter die sind aber auch so schnell ne das hier sind gefüllte teigtaschen ich mach mal so damit man das innere sieht und die mante? eher so ähnlich pass auf das fällt raus es bleibt vielleicht sogar die gleiche Spüllung kann das sein? Hackfleisch, gut möglich warte du fährst doch rein dippen hier so ne das ist immer das gleiche mit dem ja probier erstmal ohne gut ne wow komplett was anderes und das ist genau das schöne dass man mal was anderes probiert andere Küchen, andere Richtungen und nicht immer das gleiche hier ist nochmal der Beweis dass anders auch sehr lecker sein kann und jetzt schon wir haben jetzt zwei Sachen gestern Empfehlung der definitiv raus ich freue mich schon auf die Nudeln die gleich kommen werden aber auch sehr schöne Atmosphäre mir so richtig familiär auch die Mitarbeiter die kommen die erzählen direkt was was ist ja ich kann leider nicht so gut in Lahn filmen weil hier sieht er ab und der Lahn ist zappel voll genau also ihr müsst auf jeden Fall wieder Wartenfett mitnehmen oder ihr müsst reservieren sonst kommt ihr nicht rein wir haben hier einmal gebratene Nudeln mit Bärlauch, Gemüse und Lammfleisch die Nudeln die haben das mal geklärt in der Speisekarte die werden handgemacht ähnlich wie gebratene Nudeln von chinesen nur tausendmal besser die Perfektion davon von diesem billigen Nudeln die Perfektion einfach jetzt bin ich mal gespannt und es ist eigentlich so ein einfaches Rezept aber es schmeckt einfach so gut und da sieht man wieder einfache Gelichte einfaches Messer es einfach macht es schmeckt sehr sehr gut ich bin so positiv überrascht wow es war ein Highlight es war wirklich es war wirklich ein Highlight es war so lecker ja ja und es waren so andere Geschmacks wie nennt sich das? Knospen nein nicht Knospen ja ihr wisst was wir meinen Leute wir sind jetzt grad hier schon in der asiatischen Ecke in Düsseldorf und hier in der Nähe gibt es diesen Combien Store wo man einfach erkläre ich euch einfach gleich erkläre ich euch gleich das ist auf jeden Fall sehr cool erklärt das gleich bis gleich auf jeden Fall Leute hier ist es wir kaufen einfach Sachen zum Beispiel die Bulldack Nudeln da kannst du die warm machen hier kann man auch Sachen dann draufstehen wir haben hier sehr geheißene Getränke die kennt man aus Tiktok aus Korea wo man so halt zu einem Stand geht und dann sind so voll viele und dann kriegt man so ein Eisglas und dann tippt man das da rein wir warten auch grad auf unsere auf unsere Reis nein Reis Reiscake war das genau warm wird das gemacht so dann wird es einfach aufgemacht Blaubeere ja ja keine Ahnung ja was eine Züchtergurt hat Blaubeere ohne Blau wo gehen geht lieber studieren? ja das ist ein gutes Zeug ja 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 hallo hallo schau mal ja das ist ein gutes gutes Eistest ist gut ne? ja ist gut hat die Frau hier nicht gelogen die nette Frau hier also wir haben auch den grad hier probiert der schmeckt einfach wie original nach Slush Eis Blau original 1 zu 1 kann man das noch mit nach Hause nehmen warte das haben wir jetzt hier machen lassen Weiscakes einfach weiss Wasser rein und das hier eine Soße ich denke mal scharf keine Ahnung das ist auf jeden Fall glutenfrei vegan so eine leichte Schärfe aber auch süßlich süßlich? ja also das finde ich halt hier so geil du kannst dich einfach hier hinsetzen theoretisch und einfach hier essen und dann Bumino, wa? checkst du? so süß und scharf wow wir haben auf jeden Fall was mitgenommen ja ja es war richtig lecker also Empfehlung geht definitiv das ist auf jeden Fall mein Erlebnis ihr braucht da ihr geht da einfach hin ihr habt alles da ihr habt da einen Wasserkocher ihr habt da eine Mikrowelle ihr kriegt da ein Stäbchen ihr kriegt da ein Tablett ihr könnt da einfach schön essen und dann einfach gehen und dann einfach gehen also cooles Erlebnis wirklich auch die Frau die hat uns vieles erklärt wenn ihr Fragen habt fragt einfach mega nett mega offen hat uns sehr sehr gut gefallen also wirklich das war's auch jetzt mit dem Video vielen lieben Dank dass ihr zugeschaut habt checkt die Läden mal ab Düsseldorf hat auf jeden Fall mehr zu bieten die asiatische Ecke ist wirklich sehr sehr cool wenn man sich ein bisschen mehr auskennt ja und das sind so viele Läden noch so viele und da sind immer so große Schlangen also ich steh mal davon aus dass es auch schmeckt und jeder Laden ist rappelvoll immer bei jedem Laden muss man immer warten immer das ist auf jeden Fall nicht unser letztes Video in Düsseldorf Freunde in diesem Sinne checkt doch unser Instagram und unser TikTok Kanal ab korrekt jeden Tag kommen sehr leckere und einfache Gerüste die ihr nachmachen könnt zu Hause und bei euren Freunden und Familie glänzen könnt dass wir uns sagen boah krass was für gute Köche ihr seid und die sind sehr einfach ne in diesem Sinne sehen wir uns wieder wenn es heißt diese zwei sind wieder dabei tschau mach's gut mach's gut mach's gut mach keinen Scheiß bleibt anständig und wir sehen uns bald wieder so wir sehen uns bald wieder mit der ihr dass wir sind alle sind denn